Die 2. Krieg der Nachschluss Nach der 2. Krieg der Nachschluss wurde die Nachschluss gelegt, die die Nachschluss in Deutschland verletzt wurde, die die Deutschland-Kluss-Kluss-Kluss-Kluss-Kluss-Kluss-Kluss-Kluss-Kluss. Zwischen den schwarzen Pfähnchen und dem Feldweg liegen 45.000 Minen. Ihr wird sie alle entschaffen. Willst du etwas sagen? Nein, Herr Feldwebel! Wenn ihr das erlebt habt, könnt ihr nach Hause gehen. Wenn sie einen Fehler machen, werden sie entweder sterben oder schwer verletzt werden. Ich hab eine! Ich hab eine! Scheiße. Stopp! Ich will nach Hause. Ich sage, wir hauen ab, bevor wir alle sterben. Ich lasse mich lieber von den Engländern erschießen, als dass ich nochmal so über den Strand laufen. Warum? Warum hast du gesagt, dass ihr einige kleine Freunde mitgebracht habt? Wir starten mit dem, was wir nicht gemacht haben. Oder das mit uns. Was machst du denn, wenn du nach Hause kommst? Essen! Einfach essen! Kartoffeln, Fleisch und Soße! Mora, Sophia, Adam. Ich baue alles wieder auf. Was hast du gesagt? Ja, hallo! Ja, hallo! Du bist gekommen, wenn wir fertig waren. Und wir sind fertig. Du! Die Menschen finden, oder? Oder? Bitte ruhig. Es ist fast vorbei. Es ist fast vorbei. Ich komme wieder nach Hause. Ich komme wieder nach Hause. Ich bin, es ist immer noch etwas zu vergessen. Es ist eine Überlegung des Hühneres. Vielen Dank.